Nimm! Oh nein! Alles klar! Die erste Hilfe ist unter dir! Nimm! Uhuhuhu! So, Hallöchen meine lieben Leute! Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Battlefield 4! Wir zocken Team Deathmatch, sind auf Operation Spind und ich zocke die CZ805! Ich hab Bock drauf Leute! Mal gucken wie es wird! Lasst euch nicht irritieren von dem Only-Server! Steht zwar da, aber hier zockt jeder was anderes! Ich glaube, entweder ist kein Admin da oder ich weiß es auch nicht! Also gut, wir gucken mal! Eben gerade habe ich eine Runde gespielt, da lief es eigentlich ganz gut! Mal gucken, ob es jetzt auch wieder ganz gut läuft! Ja, von hinten natürlich! Die Granate würde wiegessen sitzen können! Dann sind sie uns von rechts, haben sie uns von rechts total überrannt, ey! Komm, der hat mich mit der Handwaffe getötet! Ficken! Scheiße! Es steht extra drin, keine Schrot, ne? Er nimmt eine Schrotflinte! Also es ist definitiv kein Admin da, denn ansonsten würde der nämlich gekickt werden! Steht extra da, keine Schrot! Er nimmt ein Schrotdinger! Also der Sound... Der Sound in Battlefield 4 ist auf jeden Fall episch, muss man ganz ehrlich sagen! Der ist auf jeden Fall nice! Das ist ganz anderes Feeling, als hier bei Battlefield 1! Wir gehen auch mal hier hinten lang! Alles klar, Double-Kill! Ich bin die Beheilung, ich bin die Beheilung, ich bin die Beheilung! Ich bin selber Medic! Ich bin selber Medic und Piles nicht! Scheiße! Okay, okay, okay! Kein Problem! Nächstes Wunder! Nächstes Ding! Ivana Drugs hat mich doch eben gerade schon getötet! Der Bastard! Komm schon, komm schon, komm schon! Das ist wieder der gleiche Punkt hier! Die kommen immer hier raus, die Stricher! Ich seh auch nix! Ich seh auch echt schlecht, ne? Hab Angst! Scheiße! Fuck! Ich muss irgendwie mal nach innen kommen, ey! Ich muss irgendwie mal nach innen kommen! Auk Adai ist auch ne mega geile Waffe bei Battlefield 4! Ist wirklich ne mega geile Waffe! Geh mal hier rein! Heilung, komm schon, komm schon, komm schon! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Scheiße, ich hab Angst! Scheiße! Holy shit! Wie sieht's aus? Erster Platz, 10, 5! Nice! 1.300! Na ja, na so langer Zeit, direkt erst der Platz, da soll schon was heißen, ey! Da ist schon ein kleines bisschen Skill vorhanden, würde ich sagen! Ein klein wenig Skill ist da schon vorhanden, Digga! Aber nur ein klein wenig! Ah, die stehen aber auch überall, ey! Die stehen überall! Wie steht denn der Alexander? 5, 5! Naja, das sind keine krassen Leute, das ist halt Zufall, wo du bist, wo du stehst, wo Leute kommen! Ach, wieder von oben, ey, Mann! Ich glaube, ich stelle mir auch mal kurz mal... Mann, mach doch die Scheiße mal weg! Ich glaube, ich stelle die Empfindlichkeit mal ein bisschen hoch! Nehmen wir mal die, nehmen wir mal 25 mit rein! Du musst schnell reagieren können hier, das ist halt... Oh, Digga, mach Platz! Ja, Mann! Scheiße! Oh, renn doch schneller weg, Mann! Eine Granate wäre episch gewesen! Eine epische Granate, Mann! Komm schon, komm schon! Also, man könnte auch Schrot spielen! Es zocken hier viele Schrot! Ja, sie kriechen das auch scheiße eigentlich! Oh, Digga! Ey, ganz ehrlich! Scheiße, Digga! Scheiße, Digga! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh, 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 oh! Ich hab Angst, Digga! Ich hab Angst, komm, spring rüber! Unten, 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 unten! Oh, nein! Alles klar! Die erste Hilfe ist unter dir! Nimm! Juhu! Juhu! Scheiße, der hätte aufgehen müssen! Alter Schwede! 23,9! Terrasiert! Nice! Komm schon, Bro, komm schon! Gehen wir mal wieder rein hier! Wie sieht es eigentlich aus? 38,74! Ich glaube, wir verkacken! Ich glaube, wir verkacken! Alter, Digga! Wie schnell ist der denn jetzt gestorben? Alter, ohne Scheiß! Das war ja mal übel schnell! Alter, der ging ja mal übel schnell drauf! Nein, oder? Nee, oder? Ey, ja, dann nimm nie ein, du Schild, Mann! So ein Scheiß! Das war so klar, ne? Das war so klar! Das war so klar! Lauf doch, Digga! Lauf doch! Komm schon, Bro, hocken die hier! Jetzt mal nachladen! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, lad nach, lad nach! Scheiße! Den hätten wir noch kriegen können, Mann! Fuck! Ich glaube, wir haben trotzdem extrem verkackt, obwohl es gar nicht so schlecht lief, eigentlich, fand ich! Naja, die sind gleich am Ziel! Ach, Scheiße! Aber erster Platz, 29,12! Ich würde sagen, das geht, oder? Das ist nicht verkehrt, Digga! 5,400, wir haben gerade mal die Hälfte geschafft! Das ist traurig! Das ist traurig! Naja, ich habe mein Bestes gegeben! Wenn die anderen auch so krass gewesen wären wie ich, dann hätten wir es geschafft! Ne, Digga! Nice! Hat Spaß gemacht auf jeden Fall! Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen! Wenn euch Battle 4 mal wieder gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare! Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare! Ich hoffe, ihr supportet das Ganze! Das würde mich sehr freuen! Leute, ich bedanke mich! Macht's gut! Haut rein! Euer Panischu! Servus! Servus!